Hallo auf meinem Kanal zu einem kurzen Werder Update. Morgen um 13 Uhr steht das Testspiel gegen Sampoudi an und wie es aussieht wird Felix Agou dort wieder Spielzeit bekommen, nachdem er ein ganzes Jahr lang verletzt war. Ich hoffe, dass er tatsächlich auf dem Platz stehen kann und dass sein Test gut verläuft. Bis dann.